Hei, hoi zusammen, es tut mir leid, aber das wird nicht das übliche Swissmoto Video sein mit den besten Highlights, Highfives oder Bikeporns. Das Video möchte ich der Person widmen, die mir den Unterschied gezeigt hat zwischen Zweitakt und Viertakt. Der Person, die mir gezeigt hat, dass man glücklich sein kann nur mit einem vollen Tank. Der Person, die mir gezeigt hat, wie man einen Töff kann lieben. Mein Papi, er hat mir mal beichtet, dass er neidisch sei auf meine Töff-Aventüren, ohne zu wissen, dass ich nur dank ihm all das habe erleben. Ich glaube, ich muss ihm endlich mal beichtet, dass er mich jeden Tag aufs Neue überrascht. Okay, 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 ich gebe es zu, er ist alt, sehr oft nervig und muss alles immer in Frage stellen, aber er ist mein Papi und ich habe ihn lieb. Und ich bin wahrscheinlich schon jetzt so wie er. Okay. 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 Trotzdem, Alter, verliert er nie die Hoffnung, eine Runde mit dem Dörf drehen. Auch wenn es nur um die Ecke ist, oder er geplante Reise von 5000 Kilometern, die Leidenschaft und die Lebensfreude, die er zeigt, ist einfach aussergewöhnlich. Super! Ah, deine Bande! Igen Jonce Neil Oh, da habe ich echt keinen Plan, was er da erzählt. Oh mein Gott, er ist immer noch dran. Die armen Leute haben mir wirklich leid getan. Sorry. Irgendwann später. Und ja, das ist es gewesen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht allzu kitschig. Oh ja, genau. Lauf einfach mittendrin. Danke Papi. Und man sieht sich im nächsten Vlog wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.